Am Sonntag war die Arbeitsatmosphäre auch einfach nur so richtig geil. Bisher einfach nur wirklich so Tunnelblick die ganze Zeit, so ah ich muss den Scheiß fertig bekommen. Ich fand es cool, dass die technischen Skills einfach noch so ein bisschen gepusht wurden. Ich fand es schön, dass viele verschiedene Einflüsse hier aufeinandertreffen. Ich fand es trotzdem sehr interessant, auch dieses Sounddesign an sich. Wie er es gesagt hat, wir machen Dark Pop.